Uff, wieder umgefallen, gell? Jetzt habe ich gleich gerade abgubiert. Ja, die waren auch ganz schön. Du musst ja ganz viel für Johannes machen. Na Gott, wie süß, oder? So spießend, alle Viere in die Luft. Wie Karlchen. Doch, wenn du das Foto hochholst. Stell dich mal auf meine Seite. Dann kannst du schön drüber wegziehen. Ja, gut, ich hole es mir halt nicht so weit her. Ich will nur mit Mama. Ja. Ne? Süß, ne? Guck. Ah, ja, so nah haben sie natürlich, ne? Ja. Du bist so viel durch, ne? Aber auf dem Foto, ne? Ja. Ja. Guck mal, Mama. Ja, Mama will ich auch noch mal. Aber das ist auch schön. Ja. Du bist so für uns. Und jetzt. Wie geht ihr das? Hm? Da geh ich hier immer hin. Ich habe keine Lust, dass die ganzen Fotografierer, ne? Ja. Die habe ich auch nicht. Das bin ich. Oh, ja. Ist doch gigantisch.